Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, euer Uwe. Und wie ihr sehen könnt, nicht aus dem kalten Deutschland, denn hier hinter mir seht ihr Masa Nakari in Ägypten. Es ist heute leider mein letzter Tag, denn wir waren 14 Tage hier und heute geht es leider wieder nach Hause ins kalte Deutschland. Aber die letzten 14 Tage waren sehr, sehr schön. Die erste Woche hatten wir 11 Gäste und in der zweiten Woche waren es 13. Und in dieser Zeit haben wir sehr, sehr viel gesehen. Wir hatten Delfine, wir hatten kleine Riffhaie, wir hatten Adlerrochen. Es war richtig was los und man muss auch sagen, die Bucht war jetzt nicht extrem verschmutzt, weil es war mal eine Zeit, wie ich hier war 2009, da hatten wir relativ viel Müll. Aber was ihr jetzt sehen könnt, wunderschön, klares, ruhiges Wasser, traumhaft. Wir hatten eine wunderbare Zeit und viele haben natürlich auch einige Kurse gemacht. Wir hatten also vom Advanced-Kurs über Rescue Diver verschiedene Spezialkurse wie Nacht, Nitrox und sogar zwei Divemaster-Kandidaten jetzt dabei. Und die haben natürlich alle mit Erfolg ihre Kurse bestanden. Das war also richtig super. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dieser kleinen Werbeeinblendung. Deswegen steht da oben auch Werbung. Jetzt geht es weiter. Ich habe mein nächstes Camp schon geplant und zwar im März. Es soll wieder nach Ägypten gehen, diesmal nach Masa Chakra vom 11. März bis zum 25. März. Das aktuelle Angebot kommt in den nächsten Tagen raus und da könnt ihr natürlich wieder eine Woche, zwei Wochen oder zwischendurch einfach ein paar Tage zu mir kommen. Ich werde 14 Tage dort sein und auch wieder die klassische, klar, Uwe Flatrate anbieten, damit ihr da eure Ausbildung weiter fortführen könnt. So, also vom 11. bis 25. März 2023 bin ich in Masa Chakra. So, nochmal so eine kleine Einstimmung jetzt. Jetzt werde ich euch noch ein bisschen so ein paar Bilder zeigen von Chakra und auch von hier, von der Unterwasserwelt. Und ich hoffe, wenn ihr Interesse habt, meldet euch und ich hoffe, dass ich euch das nächste Jahr in Masa Chakra sehen werde. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Uwe. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.